so moin zusammen du einfach leertaste zweimal hintereinander drücken dann siehst du wieder alles so wir würfeln jetzt einmal neu dann nochmal leertaste drücken so genau habe ich gerade gemacht playerspeed okay ich habe jetzt hier ein 8,36 die taschenlampen sind komplett aus start sanity 25 die pillen stellen 25 wieder her 150 prozent sanity duane also ein bisschen weniger als das höchste aber unsere geschwindigkeit ist 50 der geist hat 150 roaming medium raumwechsel hoch interaktion niedrig events hoch eine sekunde grace period handdauer ist niedrig okay also das und null beweise ich werde auf jeden fall die handdauer auf hoch setzen und dafür stelle ich unsere geschwindigkeit hoch nee nee die handdauer 50 prozent geschwindigkeit mit einer sekunde grace period kannst du vergessen das gibt ein massaker dann ist das so das ist dann ist das so dann ist das so da sterben wir eben an ist ja genau es sprinten ist ja an nein lasst das spannung spannung okay ihr wolltet das so haben aber wenn die handdauer welchen auf low ist wie willst du den dann mit null beweisen rausfinden dann hantet der nur zehn sekunden das bringt uns nicht viel deshalb wollte ich die auf hoch setzen ich bleibe auch freiwillig im truck ihr seid ja die die wahrscheinlich als erste sterben also okay wenn ihr es so haben wollt dann ist das so dann macht man auch schön auf ready wenn ihr keine angst habt ne hopp hopp ja wir sind die geister ich habe keine angst okay die beiden wollten das so haben ich weiß was 50 prozent bewegungsgeschwindigkeit ist schaut mal das ist das hier das ist 50 prozent das ist challenge mode apocalypse geschwindigkeit selbst der sprich bringt nicht ihr wolltet es so haben ich wollte uns 100 geben und dafür eine längere hand durch nein 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 das ist doch langweilig und das auch noch bei witch view wo es diese lange rampe gibt oh mein gott bis wir eine flore items reinbringen sind zehn jahre rum aber wir können sprinten ja es bringt aber bei der geschwindigkeit auch nicht so viel wieso hast du denn schon eine sanity ach so ich wollte gerade sagen das warst du auch gar nicht nee wir waren noch nicht alle da ja wir kommen ja wir kommen 50 ihr wolltet es so haben also hoffen wir mal dass es ein schade oder dingens ist wie heißt es die hohen weil die handen dann immerhin nicht sofort so jetzt sind wir auf 60 prozent ungefähr auf in die dort vor allem wenn wir sprinten sind wir normal ja das sprinten bringt so gut wie gar nichts und der geist hat 150 prozent wollen wir jetzt hier erst alles hinlegen können wir machen wenn ihr wollt also wir eigentlich einmarschieren am besten erstmal zum kühlschrank ah der strom ist schon standard mäßig an bei default cool er kommt von links irgendwo von links ist er von links okay oder das oder warte warte das ja doch das der muss hier links durch sein ich weiß nicht ob ich habe schon mal einen sensor da angebracht denkt man der kann hier aber den raum wechseln also das kann okay wir waren bei 50 kein shade ja das sind die 150 prozent die ihr haben wollte dass das war jetzt gemein wie sie aber auch hinter dir gespawnt ist schnell hol mal eine kamera leg mal ein kruz in die küche hier stell dir noch ein kärzchen dahin okay müssen wir mal gucken das ist eben dieses hohe roaming auf was passieren kann jetzt müssen wir die ganze zeit über die arme mara drüber stiefeln ja sie ist aber auch direkt hinter ihr gespawnt sie hat ja gar keine chance gehabt so schnell konnte ich auch nichts machen ja der geist ist hier in der küche ja jetzt bin ich dran 100 prozent müssen vorsichtig sein ich habe den smart schnelles kruzi kruzi so okay ich hole noch die andere kamera wo ist denn die kamera mit der geschwindigkeit ist das aber auch ein krampf da hinten die tür beim master bedroom ging wir müssen aufpassen sie könnte außerhalb vom kruzi spawnen ja okay der gäster raum ist glaube ich noch hier sie klang ziemlich schnell hand 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 kommt von der innen master bedroom eins zwei drei vier fünf sechs sieben scheiße es ist kein moroi sei oder ein handtuch ich wollte auf moroi testen ja warte muss kurz raus rein weil das klingt so muffled ja wir nehmen mal ein item damit sie sich nicht so alleine fühlt wenn ich mal ein item ich habe einen teller ja ich habe einen teller ja ich nehme die tasse hier jetzt sind wir zumindest schnell also sie krabbelte eben ne bei mir krabbelte sie und jetzt war sie so ja ich wollte auf moroi testen weil sie klang schneller als normales 150 ok ok ich fahr ab also ich sag einfach mal say ich bin aber nicht sicher es kann auch was anderes sein ich sag moroi ich sag moroi definitiv kein moroi weil die mich nach sechs sekunden wieder angegriffen hat gut dann nehme ich ein handtuch ja der boi kauer an wäre was langsamer gewesen der handtuch ein onryo oh mein gott ah man onryo deshalb hat die so lange nichts gemacht weil wir da kerzen hatten ich fand das lustig ich fand das lustig also ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal ciao ciao